Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Dead-Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der Gen Z dabei, mit Oskar, denn heute geht es mal wieder um die Zeitgeist-Mobility-Studie, die im Auftrag von Ford herausgegeben wurde. Und da wurden ja die jungen Leute gefragt, was für sie wichtig ist zum Thema Mobilität. Und ja, heute, in der heutigen Folge, geht es um die Zukunft der Mobilität. Und für mich ist da immer das Hauptthema autonomes Fahren, also alles das, was man selber nicht machen muss. Unser Elektroauto kann ja so in gewisser Weise so ein bisschen was Autonomes fahren, aber so richtig gut nicht. Und wir sind gerade in Köln und mit einem Auto unterwegs, was uns geliehen worden ist. Und das kann einiges mehr als unseres. Eine Sache, die zum Beispiel dieses Auto kann, was unser Auto nicht kann, ist automatisch einparken. Wir bringen es auch ausparken. Und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wirst du dabei? Ja, lass es probieren. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Bin ein bisschen nervös. So, Sucher läuft. Blinker betätigen. Bitte vorwärts fahren. Glicke gefunden. Bitte vorwärts fahren. Stopp. Lenkrad loslassen. In N schalten. Zum Starten. Bremse lösen. Parktaste gedrückt halten. Nein! Oh Gott. Ihr seid gut versichert, oder? Okay. Aha. Ich mache nichts. Also ich bin nicht schuld, wenn was passiert. Ich halte hier nur die... Alles klar. Okay. Ich mache nichts. Nicht mit den Füßen. Ist gar kein Gas? Nein, ich mache... Hey, was war das? Ich habe Stress gekriegt. Vielleicht hört er mich. Okay. Das ist ganz perfekt. Okay, der will in den perfekten Abstand. Boah, aber der fährt gar nicht langsam, gell? Der heizt da in die Parklücke. Beendet. Aha, das heißt, die letzten Meter soll ich jetzt praktisch noch selber fahren. Bis es dann endgültig piepst. Cool. Wobei so ganz ohne Hände geht es nicht. Man muss nämlich die ganze Zeit mit dem Finger aufs Klöppchen rücken. Aber ansonsten, ich habe mich gelenkt. Versuchen wir das Spielchen nochmal mit Längs einparken. Blinker betätigen. Vorwärts fahren. Da ist eine Parklücke. Lücke gefunden. Stopp. Lenkrad loslassen in N schalten. Und Bremse lösen. Parktaste gedrückt halten. Immer wieder erstaunlich, wie schnell er das macht, gell? Der Hammer. Aber das hätte ich jetzt nicht besser hingekriegt, oder? Na, gut. Einmal korrigieren muss sein. Krass. Gut, dass nicht mein Auto ist. Bravo. Beendet. Beendet. Hat gut geklappt, oder? Wir stehen hier Winne 1 drin. Und das Ding hat noch andere nice Features, wie die Jugend sagen würde. Die Gen Z. Nämlich zum Beispiel natürlich, was wir auch haben. Tempomat, Abstandhalter. Der allerdings auch, der Spurassistent, auch nach dem Spurwechsel gut funktioniert, wie man hier sehen kann. Und, da bin ich ein bisschen neidisch, das erkennt die Schilder und schaltet auf die richtige Geschwindigkeit. Ja, die Frage ist, wie viel werden Autos wirklich später mal übernehmen können? Und da das Verkehrsministerium mit Verkehrsminister Scheuer eine Initiative zum autonomen Fahren gestartet hat, sind wir jetzt verbunden mit Steffen Bilger, dem Bundestagsabgeordneten der CDU und parlamentarischen Staatssekretär im Verkehrsministerium. Ist das richtig, Herr Bilger? Genau. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ganz korrekt. Und deswegen beschäftigen Sie sich ausführlich mit dem autonomen Fahren? Ja, ich bin seit dieser Regierungsbildung, also seit 2018 Staatssekretär im Verkehrsministerium, zuständig für Digitalisierung, für Auto, für die Straße, für den Luftverkehr. Das ist unser Mann, Oskar. Wir hatten mit dem Zukunftsforscher Tristan Hawks ein Interview gehabt, der meinte, naja, also in zehn Jahren wird es noch nicht so weit sein. Ich hatte mal ein Interview mit Lars Thompson, dem Zukunftsforscher, der meinte, in fünf Jahren wird es schon so weit sein. Was meinen Sie? Also es geht auch mir so, wenn ich mit den Experten rede, dann gibt es so eine ganze Bandbreite an Meinungen. Ich persönlich denke, dass es doch immer ein bisschen länger dauert, als man sich vielleicht manchmal auch so erhofft oder auch als manche befürchten. Es ist einfach schon ein großer Wandel, der da eintreten wird, rund ums Automobil, sei es bei den Antrieben, aber auch mit der Digitalisierung. Aber wir müssen halt immer sehen, wer sich heute ein Auto kauft, der führt es im Schnitt zehn Jahre, manche fahren es 20 Jahre lang. Und entsprechend dauert es dann halt doch immer einige Zeit, bis solche Neuerungen sich dann wirklich durchsetzen. Woran hängt es denn Ihrer Meinung nach? Also denken Sie, es braucht noch so lange wegen der Technik oder ist das eher ein juristisches Problem? Also es gibt sicher viele Baustellen, die wir Politik, aber auch die Wirtschaft, denke ich, zurzeit wirklich entschlossen angehen. Also schon in der letzten Legislaturperiode hat der Bundestag aus unserer Sicht den modernsten rechtlichen Rahmen beschlossen, dass autonomes Fahren in Deutschland wirklich möglich ist, dass alles erprobt werden kann, dass in die Anwendung kommen kann. Zurzeit sind wir als Ministerium dran, diesen rechtlichen Rahmen wieder zu aktualisieren, weil die Entwicklung geht ja weiter. Also wir wissen genau, wir werden alle paar Jahre Gesetze ändern müssen, damit die nächsten Stufen ermöglicht werden. Wir haben uns aber, und das ist vielleicht auch ein Unterschied in Deutschland im Vergleich zu USA oder anderen, die da immer gern genannt werden, als die, wo da so viel vorangeht, auch um andere Fragen gekümmert. Hethische Fragen, versicherungsrechtliche Fragen, Datenschutzfragen. Also wir haben aus unserer Sicht wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz, alle Chancen, aber auch mögliche Probleme rund ums autonome Fahren anzupacken. Und da, finde ich, sind wir bisher ganz gut unterwegs und die Wirtschaft kommt natürlich auch voran. Aber da sieht man schon, dass manches ein bisschen länger dauert. Also zum Beispiel, wie geht man um, wenn ein Krankenwagen mit Martinshorn kommt, wie erkennt das autonom fahrende Fahrzeug das? Es passiert zurzeit sehr viel, aber manches dauert einfach auch seine Zeit. Was sind denn Ihrer Meinung nach die großen Chancen beim autonomen Fahren? Geht es da um Einsparen von Personal und Bequemlichkeit und sowas? Oder denken Sie, das hat mehr Nutzen im Privatbereich? Oder könnte das auch im Transportwesen zum Beispiel irgendwie ein Vorteil sein? Also ich sehe ganz viele Chancen. Ich habe als Logistikkoordinator der Bundesregierung ganz viel mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Also es fehlen Fahrer für LKW, für Busse. Da ist das schon mal eine große Chance. Die größte Chance für mich besteht eigentlich darin, dass wir mehr Teilhabe ermöglichen. Also wahrscheinlich kennt jeder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht Auto fahren dürfen. Und da besteht, finde ich, schon eine riesige Chance, dass man solchen Menschen dann eben auch ermöglicht, individuell mobil zu sein. Also dass dann irgendein Mensch, der irgendwo gerade im ländlichen Raum oder in Städten lebt und von A nach B möchte, einfach über eine App angibt, ich will um so und so viel Uhr von da nach da. Und dann fährt ein autonomes Shuttle und holt den und andere ab. Dadurch ist das Ganze effizient, bequem. Es geht auch immer eigentlich einher mit alternativen Antrieben, also dann auch noch umweltfreundlich. Und dass wir auch vielleicht gar nicht mehr so viele Privatfahrzeuge brauchen, weil die ja auch, wie wir wissen, 95 Prozent der Zeit nur rumstehen. Das ist ja auch eine große Chance. Jetzt interessiert mich natürlich, was genau hat denn der Verkehrsminister Scheuer vor? Außer, dass es heißt, wir wollen uns dann die Spitze setzen der Bewegung. Ja, wir bereiten zurzeit eine Gesetzesänderung vor, die noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten soll und wird. Und da geht es dann darum, die nächsten Schritte des autonomen Fahrens zu ermöglichen. Dann sind wir auch auf der europäischen Ebene intensiv an diesem Thema dran. Die Europäische Ratspräsidentschaft, die ist zurzeit bei der Bundesrepublik Deutschland in diesem Halbjahr. Und da war das auch einer unserer Schwerpunkte bisher, über Digitalisierung im Verkehr mit den anderen europäischen Verkehrsministern zu reden. Ein Land wie Deutschland, mitten in Europa, mit den ganzen Grenzen, muss natürlich auch an die europäische Mobilität denken. Und dann kommt noch dazu, vieles wird auch global entschieden. Also da gibt es Vereinbarungen auf Ebene der UN. Und da sind wir auch intensiv in diesen ganzen Gremien involviert. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Spannendste an dieser ganzen Entwicklung? Also wo freuen Sie sich da am meisten drauf? Also manche sagen ja immer, das ist toll, wenn man dann vom Cannstatter Wasen oder vom Weindorf oder so, auch nachdem man was getrunken hat, heimfahren kann. Darum geht es uns nicht im Wesentlichen. Sondern für mich ist wirklich das Spannendste, dass wir die Ziele, die wir insgesamt verfolgen, nämlich Mobilität klimafreundlicher, effizienter, aber auch komfortabler für die Menschen zu machen, damit erreichen können. Also wir werden viele unnötige Verkehre sparen können. Wir werden gute Ergänzungen machen können für städtische Räume und für ländliche Räume. Und wir ermöglichen mehr Teilhabe auch für die Menschen, die eben nicht individuell mit dem Auto unterwegs sein können. Deswegen lohnt es sich wirklich, für dieses Zukunftsthema einzustehen. Ja, Oskar, was würdest du dir denn so wünschen, was so Autos noch in Zukunft können? Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn die dann irgendwann mal wirklich von selber fahren und man kein Lenkrad mehr hat und sich unterhalten kann und das auch vertrauenswürdig funktioniert. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert, was ihr in zukünftigen Videos sehen möchtet. Wir haben auch zusammen einen Mobility Zeitgeist Podcast auf sämtlichen Podcast-Plattformen und natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Mit immer auch wieder interessanten Gästen. Genau, in der heutigen Podcast-Folge zu diesem Video geht es eben um die Mobilität der Zukunft beziehungsweise was sich so die Gen Z, die Jugend an Mobilität in der Zukunft wünscht. Ansonsten, liked meinen Kanal, liked dieses Video, kommentiert fleißig, überweist mir Geld und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Dad. Überdam, bis dann. � shar 아무 pada los explicitly tew, kommentiert fleißig, überwärtet zurẹp�ekstulch. bis 2dM